willkommen zu einem neuen teil von need for speed most wanted und zwar wagen wir uns jetzt mal an den multiplayer dazu gehen wir mal auf escape und gehen hier auf multiplayer schauen wir uns das ganze mal an ich habe mich selbst noch nicht reingespielt ich weiß also auch noch nicht was auf mich zukommt aber das ist ja mal der witz an der ganzen geschichte um diesen inhalt zuzugreifen zu können muss mit dem autodruck verbunden sein drücke es tritt er um zu verbinden ok macht das mal herr fortfahren verbindung fehlgeschlagen das ist ja ganz klasse beim zweiten mal klappt es sogar ja das ist ja mal ganz toll so hier haben wir also die karte und ja mein einzigster freund der das spiel zufällig gerade hat ist offline was für ein wunder darum möchte ich jetzt mal ein öffentliches spiel finden so warten wir mal auf zwölf spieler ab oder hat er scheinbar schon mal was gefunden es geht ja schön schnell also jetzt muss er nur noch laden wenn möglich das ganze heute noch so willkommen bei freier fahrt online speed level update in easy drive haben wir noch mehr zugriff da haben wir ein hübsches nummern schild auf dem auto und wir sehen hier eine menge anderer punkte auf der karte alle löschen was habe ich jetzt hier für ein takedown vorgenommen das wollte ich doch gar nicht aber nun gut dann schaffen wir hier einfach mal so so wir haben eine unterbrechung in etwa eineinhalb minuten dann schauen wir doch erstmal was sie für wagen haben dort haben wir doch glaube ich jetzt was ganz nettes frei bei mercedes und zwar dieser hübschen hübsche amg müsste es sein das ist doch mal eine karriere die mir zusteht so die hat power so wir haben meilenstein erreicht wenn wir die karre mal angeschaltet haben das ist ja mal coole karre hier da kommen wir sogar durchfahren da hätte ich jetzt nicht abbremsen brauchen so jetzt fahren wir kurz mal diesen jump da vorne nochmal und zwar mit richtig speed in der hoffnung wir schaffen das nochmal bevor hier die zeit abläuft ja locker in der hoffnung wir verkacken ihn nicht baby so neuer rekord und jetzt gucken wir mal wo denn hier sich so andere rumtreiben mittlerweile ja was muss ich denn eigentlich tun hier fahr nach treffpunkt fahr nach treffpunkt was für eine geile deutsche übersetzung aber dann werde ich das jetzt eben mal tun wir haben ja hier so einen hübschen geilen wagen mit ordentlich ps der fährt auch noch den hexpoiler aus das muss man doch erstmal am richtigen auto haben ja er steuert sich ein bisschen komisch somit 180 können wir leider auch nicht in die kurve bam da hat mich was erwischt ausgeschaltet von der rich 77 warum auch immer hört auf mich auszuschalten ich bin doch hier ein armer kleiner loop der nicht weiß auf was es ankommt der da vorne zieht mich jetzt leider ab das ist ja abzusehen der hat da eben ja ich muss da runter ich hab kaputt du bist so doof warum fährst du auch immer so dicht hinter mir her ja jetzt wieder an mir vorbei kuscheln opa schon wieder der was will denn der von mir kennt der mich etwa oder was so wir sind hier am treffpunkt und was soll ich jetzt hier ich bin hier wo bist du mäh nicht mir macht es einfach spaß hier jetzt irgendwelche leute zu ram lokaläu was geht denn hier ab so gleich nochmal rein wäm schön hier anhalten warten auf spieler warten auf spieler yeah gleich nochmal eine reingibt der nicht bekommen spiel wird versetzt in elf sekunden nein behalte das spiel jetzt hier ich möchte mitspielen so schafft man das jemals geht's los oder was geht jetzt ab gleich noch mal eine reinbekommen von dem home und hier rennen bereit machen alles klar ich werde gleich mal richtig aufgesetzt ist es natürlich luxus warum ist es sehr verwirrend warum das ganze hier so in schwarz weiß ist da werde ich auch schon gleich abgezogen 37 kontrollpunkte da haben wir was vor uns den berg hoch das war es abzusehen dass das nichts wird so wie rum werde ich aufgesetzt in fahrt richtung sogar wieder da rammt er mir gleich mal ins weg rein dann müssen wir ihn jetzt leider gottes abziehen oh jetzt bin ich auch falsch gefahren nein gar nicht gemerkt dass ich euch jetzt hier super die tscheche zu tun wohin jetzt da lang jetzt bin ich hier mal wieder aus und rum gefahren naja macht nütz sicherer weg hauptsache ins ziel kommen oha da fährt ein audi ja den dürfen wir natürlich nicht rammen der hat ja hier mit dem renn gar nichts zu tun arme zivilisten hier oh da hat es ihn gegen die wand gefetzt hoffen wir mal dass das mir jetzt nicht gleich passiert das ist jetzt noch sechster mit der großen betonung noch das wird allerdings wahrscheinlich nicht mehr bis zum ende reichen ich habe nämlich keine ahnung wie die strecke hier funktioniert ich darf weiterfahren ich dachte ich kriege jetzt erst mal so eine halbe stunde crash screen wieder hin ja sieht so aus als wäre das so ein roten kurs oder was geht mir alle mal aus dem weg wir können mit 200 hier den berg hoch schöner drift und mit vollgas raus hier gleich mal wieder auf die bremse der war schön knapp endlich mal so durchs bioware werbebanner und dann irgendwie versuchen mit vollgas wieder weiter zu fahren aber das klappt nicht ganz so gut dort haben wir den viert platziert und wir haben den platz gut gemacht da habe ich gar nicht so gemerkt okay platz 1 bis 4 kann autofahrt platz 5 vielleicht so ein bisschen das war platz 4 hat leider einen unfall aber ihr könnt ja auch nie mal was gutes tun hier noch die letzten vier checkpoints beziehungsweise kontrollpunkte wie es ja hier so heißt muss man verwischen ohne jetzt noch einen unfall zu kreieren ich sehe nix so und jetzt kommt das ziel ups schon wieder gleicher unfall du bist vierter geworden yeah mein erstes rennen und dann gerade mal vierter von zwölf immerhin ja dich verwische ich so nix hier ich habe den ausgeschaltet gleich auf den namen guggini noch drauf so mein schönes teures auto hier so ups gut halten wir einfach hier mal an nein 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 ihr dürft mich hier nicht ran so parken wir einfach hier mal hin hier sehen sie mich scheinbar nicht ganz so gut können mich nicht mit vollgas erwischen so da hat einer das spiel verlassen ja die anderen waren fast doch eine minute schneller wie ich im ziel naja passiert so wir haben einen neuen treffpunkt dort begeben wir uns alle gleich mal hin so da sind wir auch schon geblitzt worden so geh aus dem weg hier ups oh mein wagen braucht gar keine repräsentation ist unzerstörbar hier hey geh aus dem weg wenn ich hier am abbiegen bin das kann ich so gar nicht da hinten immer hier mir die vorfahren so schön hier um die kurve noch um den platz zu lenken so so leider zeigt es mir hier nicht wie weit das ganze Ding hier weg ist oh wir hätten hier wegfahren sollen aber alle aber alle falsche richtung hier mal umdrehen ich komme ja keine sorge durch die werkstatt so so ah doch da ah jetzt sehe ich da hier 1,7 Kilometer das habe ich jetzt irgendwie vorhin wieder sehen mit der Distanz mit der Distanz wie weit das ganze Ding hier noch von mir weg ist so schon boing super das hat der jetzt wieder ganz klasse hinbekommen warum warum muss der jetzt nicht hier weg kommen das kapiere ich nicht so wir sind da Hallöchen geh hier weg hier fahre ich wow hat der andere eigentlich einen Rambock drin oder äh ja komm gib mir gleich hinten drauf yay ich stehe aufschläge auf den Hintern wir drehen hier einfach mal einen Donut yay hindert mich doch nur dran nur weil ich so ein tolles Auto habe aber nun gut wir warten hier noch auf drei andere